Willkommen zurück zu Planet Coaster hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, weiter geht's im Text. Wir wollen heute das, oder ja, den, nee, warte mal, Moment. Andersrum. Wir machen heute die Baustelle hier, Mexiko, also sprich Talocan, was wir letzte Folge ja gebaut haben, dekorieren wir heute noch ein bisschen aus. Und werden dann mal sehen, was wir dann als nächstes bauen, denn ich hab noch einige Sachen aus dem Steam Workshop herausgesucht und ja, die werden wir dann auch so weit. Es geht dann auch schon mal irgendwo dann hier noch so platzieren, ne, damit der Park von Zeit zu Zeit auch etwas voller wird. Und die Leute, die jetzt schreien, hä, das sieht gar nicht aus wie im Phantasialand. Ja, ich baue auch nicht komplett das Phantasialand nach, ich wollte nur ein paar Elemente eben vom Phantasialand haben. Also nicht rumheulen, bitte. So, das. Ich hab auch jetzt einen neuen Pop-Schutz, von daher dürfte das eigentlich auch ein bisschen vom Sprechen her durch die, also die P-Laute dürften jetzt eigentlich normal rüberkommen. Denn der vorherige Pop-Schutz hat nicht so wirklich funktioniert, da der Arm immer wieder weggerutscht ist. Und dieser hier scheint jetzt soweit eigentlich ganz gut zu funktionieren, hoffe ich zumindest. Und ja, werden wir einfach mal sehen. So. Und dann noch mal. Okay, hier läuft jetzt noch irgendwo Musik drinnen. Eigentlich hatte ich die Boxen zwar alle ausgeschaltet, meine ich. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, Leute, denn wie gesagt, der letzte Volker hat sich hier alles ausgemacht. Und jetzt kommt noch überall auf einmal... Boah, Leute, 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 das habe ich doch alles ausgemacht. Boah, das ist jetzt ein bisschen nervig, das muss man sagen. Sollte das in der nächsten Folge auch nochmal so sein, werde ich die Boxen auch komplett abreißen. Oh, nappe! Nappe! Ja, Fisch, nervig, nervig. Ja, da war noch einer. Ist noch einer. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt auch jetzt für die nächste Folge aus. Zwei Leute noch da drauf, okay. Wieso auch immer. Da ist der Arm schon wieder runtergekommen. Mal sehen, wie ich das festmache. Wenn ich diesen Popschutz überhaupt behalte. So, weiter geht's mit dekorieren. Ähm, nee. Nein. Nein, 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 nein. So. Boah. Bitte nicht. So. Genau. Der soll da hin. Ne, Moment, weiter. Gar nicht schauen. So, denn hier hinten machen wir dann den Afrika-Bereich hin. Ja, den Afrika-Bereich machen wir da hin, genau. So, hier kommt noch ein Kleidungsfahrgeschäft hin. Das habe ich mir nämlich jetzt auch noch überlegt. Aber wir haben ja letzte Folge gesagt. Wir machen jetzt. Ähm. Hier überall jetzt noch erstmal schöne. Wahnsinn, wie viel der hier reingebaut hat. So. Jetzt kann ich mich dem, dem Eigentlichen widmen hier. Bumm. 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 So. So. Zack, Zack. Dann geht's noch schnell an die Beleuchtung. Bumm. Schön, dass hier auf einmal voll die Bank drin steht. Die ich nicht ankecken kann. Jetzt aber. So, dann geht's weiter. Ich hätte gerne jetzt eine... Ja, Natur. Da. So, das wird jetzt wieder ein bisschen Fummelarbeit, denn... Das muss so gesteckt werden die ganze Zeit. Aber wenn's dann fertig ist, sieht's dann richtig gut aus, soweit. Ist zwar jetzt wieder nur Fummelarbeit hier. Schon verkackt. Ja, so. Geiler Boden im Hintergrund, muss ich sagen. Finde ich nicht klasse. So. Zack. Hier noch. Da auch noch ein. Klar, das ist jetzt nicht alles auf dem Millimeter genau jetzt hier. Aber das will ich auch gar nicht, denn... So nah reinzoome ich dann sowieso nicht. Es geht jetzt einfach nur darum, dass das hier eine schöne Abgrenzung ist. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da gleich noch für ein Fahrgeschäft reinbauen. Huh? So langsam wird's ja, ja. So. So, der kommt weg, genau. Das brauchen wir jetzt nicht. So, Fahrgeschäfte, 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 Fahrgeschäfte. Was soll man denn da reinbauen? Passt nicht, war klar. So, das geht ja noch in den Wild West Bereich. Man könnte höchstens das hier noch da reinbauen, aber es passt auch nicht. Shit. Hm. Warum passt das hier nicht rein? Was für eine Logik. Hä? Mies, ey. Passt ja gar nichts rein. Gut, dann bleibt das eben eine schöne freie Fläche erstmal. Ist ja gut. So, dann gehen wir mal unter meine Baupläne. Was haben wir denn da? Ja, also wir haben die komplette Black Mamba noch hier. Die ist komplett fertig. Dann haben wir hier noch... Ah, Moment mal, ich weiß, was wir da machen. Wir bauen einfach diese Phantasialand-Fassaden dahin. Aha. So, einmal. Ne, das war jetzt nicht so gut geplant. So, könnte man so lassen. So, das fahren wir dann auch noch runter. Auf die Höhe des Daches hier. Jo. 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 Okay. Gefällt mir. Das war's für heute. Ja, man sollte vielleicht mal von der anderen Seite gucken, wie es da so optisch wirkt. Genau. So, und hier müssen wir uns jetzt mal irgendwas einfallen lassen. Aber da weiß ich schon was. Da könnte man rein theoretisch nochmal. Das ist vielleicht irgendwie so deichseln hier. So, wenn man zum Beispiel hier so einen Getränkeshop reinbaut. Dann kann man nämlich hier noch, genau. Na, vielleicht so. Dann können wir nochmal unter meine Baupläne gehen. Dann suchen wir nochmal was, irgendwas mit Western zu tun hat. Zum Beispiel das hier. Na, machen wir so nochmal. Dann können wir es direkt damit einbinden. Ja. Nicht ganz verdeckbar, aber es klappt einigermaßen. Muss man ja mal sagen. So, das ist, naja, das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Ah, hier haben wir noch was kleines. So. Dann fahren wir noch auf die gleiche Höhe. Zack. Super. Perfekt. So, dann dekorieren wir das nochmal ein bisschen aus mit Bäumen. So, Büsche, genau. Nein, dahin nicht. Das sieht ein bisschen blöd aus, genau. Okay, die Illusion ist da. Das zählt. Ey. Wo ist meine Lette da? Na, mein Vater? Das ist gut. Oh wie geil sich einfach nur die Geräusche anhören. Wahnsinn. Ah, vielleicht schaffen wir es ja diese Folge noch auf die 3000 Besucher zu kommen. Wäre auf jeden Fall cool. Musik So, dann haben wir das schon mal. Wo kann ich denn den Namen ändern? Kann ich den Namen des Fahrgeschäfts nicht ändern? Wahrscheinlich nicht. Schade. Ich hätte gedacht, man kann es ändern. Ah, ey, stopp, 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 da oben geht es doch. Hier, schau mal da. Overpower, siehste. Talokan. So, super. Dann machen wir es jetzt noch anders. Wir bauen jetzt noch mal eben ein paar Fressbuden. Ey. Okay, da hin. Hotdog. Ice Cream. Chief Beef. So, da. Nee, nicht Smoothies. Coffee. Milkshakes. Mwaaah. Mwaa. So. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich diese Wände wieder finde. Sollte ja schon die gleiche Farbe haben. Jo. Ja, 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 ja. Dann wird nämlich diese Markt hier auch nämlich recht voll werden. So. So. So, und dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch Dächer. Steil. Ich teste mal eben was aus hier, Leute. Ne, das ist mir zu steil. Ohne Witz. Machen wir es lieber so. Dann hat man auch mal mehr was davon. So. Welches Dach war das jetzt? Nein. Das war das. Dann haben wir das soweit auch fertig. Das ist nur die Frage. Ich brauche noch. Ja, das passt zum Talokan. So, das geht weg. Genau. So, Szenerie. Nein. Schilder. Schilder. Hm. Chief Beef. So. Dann haben wir das soweit auch fertig. So Leute, die Zeit ist mal wieder um. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde sagen ja, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal bei Planet Coaster. Bis dahin.